Wann setzt man ein Gruppenpuzzle ein? Ein Gruppenpuzzle kann man immer dann gut einsetzen, wenn man den Schülerinnen und Schülern ein umfangreiches Thema vermitteln möchte, und das in eher kurzer Zeit. Gut ist es, wenn sich dieses Thema in gleich große Abschnitte unterteilen lässt, was prinzipiell ja in allen Fächern möglich sein sollte. Was muss man als Lehrkraft für die Schülerinnen und Schüler vorbereiten? Zum einen gibt es hier die technische Vorbereitung. Man muss mindestens so viele digitale Endgeräte zur Verfügung stellen, wie Teilaspekte des Themas vorhanden sind. Unabhängig davon sollten Endgeräte für die Wissensvermittlung bzw. für die Recherche vorhanden sein. Zum anderen gibt es die inhaltliche Vorbereitung. Auf den Endgeräten hinterlegt man beispielsweise unterschiedliche Sachtexte für die verschiedenen Expertengruppen. Oder wenn es um Experimente geht, bereitet man die Experimente vor und lässt diese durchführen. Oder man hinterlegt auf den Endgeräten mangels Räumlichkeiten oder Materialien Erklärvideos zu diesen Experimenten. Natürlich kann man auch Arbeitsaufträge für die Schülerinnen und Schüler vorbereiten. Wie erfolgt die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes? Als pädagogisches Konzept stehen drei Schritte im Vordergrund. Das erste ist die individuelle Einzelerarbeitungsphase zu einem Themenbereich. Zweitens die kooperative Erarbeitungsphase innerhalb der Expertengruppe desselben Themenbereichs. Die Experten gleichen ihr Wissen ab und einigen sich auf die in den Stammgruppen zu vermittelnden Inhalte. Hierbei kann eine digitale Präsentation entstehen. Drittens die Vermittlungsphase bzw. das Präsentieren in der Stammgruppe. Drittens die Vermittlungsphase